Ich will auch einen Hut haben Kai, wir spielen also Outlast 2 im Western-Style Let's go! Wir haben nur zwei Team neben dem Ding dran, ne? Ja Cool, wenn wir uns jetzt nicht überrennen direkt am Anfang Ist das ein Eichhörnchen? Ah, schade Ah! Wäre cool, wenn wir uns nicht überrennen Legt sich erstmal aufs Maul Ne, 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 ich war das nicht Ich war das nicht Ich bin gegen einen Baum gesehen Es war immer so gut, um sich reinzunehmen, wenn man da ganz DJ löscht Und dann war einfach klank, krass, der Baum Auf geht's Das ist ein Eichhörnchen Das ist ein Eichhörnchen Oh, Gott Oh, Gott Untieh mich! Hey! Hey! Why are you doing that? Why are you doing that? Tommy, get me out of here! Please, anybody! I need help! Untieh mich! Untieh mich! Was passiert hier? Ich schock hier für Ordnung im Salon WTF Äh, warte, ich kann nicht, äh, wie leide ich die Nummer ein? Guck mal, wer ist der denn? Ah, oh! Das war... Okay! Entschuldigung Jungen! Ehre gebührt. Junge, was sammelt der denn in der Natur? Alter, wie? Einfach, der, der das hat mich einfach one effect gehauen? Ja, die schießen nicht mehr ganz gut, glaub ich. Ah, nein, nicht schon wieder. Die, die knallt uns in der Natur ab, Jungs und Mädel. Alter, hier ist jetzt Krieg. Hier ist jetzt Krieg. Mann! Was soll das? Hey, die haben aber irgendwie, glaub ich, irgendwie... an. Erste Reaktion im Multiplayer, wenn man erschossen will, die haben an. Die haben an, nein, da habe ich die an. Die haben einen, die haben an. Hat mich schon so ein bisschen angeträumt. Was ist denn mit ihm? Keine Ahnung. Gehört er zu diesen Idioten, die uns auch die ganze Zeit anschießen oder? Redet er einfach weiter mit sich selbst. Wann, was schießen die? Ich habe keine Ahnung. Der hat auch die ganze Zeit einfach One-Head weggehauen. Erschossen mit einem Navy-Revolver, ja. Und jetzt sind, glaub ich, auch Sachen, die... Ja, wo, die ist eingepennt. Junge, hast du irgendwie einen Schlaganfall? Schlaganfall? Was? Schlaganfall? Ey, Sascha. Sascha. Bin ich? Sascha. Ja? Irgendwelche letzten Worte? Äh, warte! Du bist so ein Fake. Alter. Geil. So. So. Leih. Guck mal, wo ich gespawnt bin, so ne Scheiße. Wo wirst du denn gespawnt? Könntest du mich bitte wieder runterlassen? Sofort. Ich hab meinen Hut verloren. Hey! Lass den Scheiß. Hans. Ich komme nicht mehr weg. Ich wollte... Au. Ah! Äh. Verbrecher. Geh. Okay, was. Entschuldigung. Tschüss. Ach, schuldigung. Ah, 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 ah. Hans. So nicht. Deinetwegen hab ich meinen Hut verloren. Ah! Hans. Ja, was ist das? Oh, ich bin im Dorf schon wieder. Wegen dir ist meine Waffe dreckig. Oh, das tut mir natürlich ein. Du machst nur Ärger hier. Wie du da runtergeholt bist. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Okay, was geht jetzt ab hier? Wo ist mein Pferd? Arschloch. Hä, hier ist jemand. Nein! Ah! What the fuck? Von einem Fahrzeug überfahren! Du bist gestorben? Ja! Doch, er ist groß! So, aber kriegen wir es irgendwann hin, dann zu kommen? Oder wird das auch nichts mehr? Huch, ich bin runtergesprungen. Wo fahren wir überhaupt hin? Wie komme ich denn wieder zu euch? Wollten wir eigentlich eine Kopfgeldmission machen, ne? Wir müssen eigentlich jetzt einfach nur zu uns hin, wo die blauen Punkte sind auf der Karte. Also auf dem Zug kam der übrigens auch seinen Inventar durch. Jetzt verstehe ich langsam, warum die Deutsche Bahn immer Verspätung hat, wenn das immer so abläuft. Ja, da unten fällt einer vom Zug und wird überrollt. Ah, da unten seid ihr. Ah! So, jetzt aber mal an. Oder wenn ich einen Rudel Wölfe angreife, das musst du auch mal sehen. Auf zur nächsten Stadt. Aber die werden trotzdem nicht getötet. Kann mal dieses dämliche Pferd bitte stehen bleiben. Warum werden Wölfe nicht getötet? Weil es Wölfe sind. Wessen Pferd heißt Darrow? Meins. Ja. Das hat jetzt das Puma-Feld. Ach, du kiffst ihm das Puma-Feld. Ich hab das Geld doch gleich verkauft. Das gibt doch gut Moneden. Okay, der Zug fährt ab. Alles klar. Ladet mich jetzt mal den Trupp ein, bitte. Ach, wir werden gesucht und mein Spiel rocket. Au! Mann, die haben das Pferd wieder aufgescheucht. So ne Scheiße. Ich hab mir so viel Mühe gegeben, den zu beruhigen. Ich bin so ein schlechter Schütze, was... ...das Schießen auf dem Pferd angeht, Alter. Ja, lass dir das mal ne Leere sein, da du. Bin ich gewollt hier? Mann, Mann, hier renn dich weg! Bei wem ich grad drüber gelaufen? Das ist mir egal. Oh, hinter mir ist ein Spacko. Verpiss dich! Wirkt er noch? Mann! Maul halten. Alter. Ja, das ist jetzt unsere Stadt hier. Hier ist ein weißes... Ja, ich glaub, die Gesetze sind da. Aber was gegen. Der hat keinen Kopf mehr. Bist du jetzt bei uns in der Gruppe, Hans? Nö. Das war das falsche Gewehr. Ich hab jetzt mich ja nicht ein. Wer durchbrochen... Ach, da bist du. Trupp. Oh, mein Pferd sieht aus wie Scheiße. Aua. Perfekt abgestilltes Pferd. So. Ähm. Okay. Wie du in die Tasche reden? Nichts zu scharf in die Tasche reden. Ich mach nichts mit den Schafen. Nee. Warum soll ich nicht so was tun? Ich hab noch kein Monster. Wie Tierquälerei. Keine Tierquälerei hier. Der hat das verboten. Ich glaub, das ist ne Katze. Ich bin mir nicht sicher. Warte mal. Jo, das ist ne Katze. That can be out. Ey, wir lassen die Tiere aber alle leben, ne? Ah, hier, guck mal! Ja. 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 Können wir, wenn's dunkel ist, warten und schlafen oder so? Ah. Da ist ein Duter Sau auf mich jetzt glaub ich. Hey, hier ist Leica. Hallo. Hallo. Oua. Aua, 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 aua. 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 Was ist mit dem Pferd? Aua. Aua. Das war, das war... Nein, komm schon. Du hast eine Leiche verbrannt. Mann. Wieso darf ich denn sowas nicht? Leichen verbrennen sollte okay sein. Ich weiß aber gar nicht, welche wir brauchen. Hallo, hier ist Han. Was ist mit ihm denn los? Was ist mit ihm? Er ist unsichtbar. Nee, er ist einfach mit einer Million kmh auf mich zugerannt. Was ist mit ihm? Er ist unsichtbar. Wer denn? Wer? Der Tiefel, der unsichtbar. Ich hab ihm in die Waffasarhand geschossen. Stimmt. Welcher Typ? Ja, hier. Hier liegt einer. Der ist unsichtbar. Ich seh da nur Blut. Und ein Stück Knochen. Hier in der Scheune. Alter, was macht sie denn? Wir sind in Pantomime, Hans. Was machen wir gerade? Ich bin so, als ob wir Leichen wegtragen. Genau, okay. Habe ich Blut in der Scheune? Es sieht so aus, als ob wir Leichen wegtragen. Ich komme uns hier erstmal. Oh, da liegt wirklich jemand. Soll ich uns hier nochmal? Ja. Oh, hier liegt uns doch da. Echt dagegen treten? Müssen wir den auch mitnehmen? Das sind alle, die hier mitnehmen. Ich trage auch einen. Ich ruhe keinen. Wir müssen alle, die da rumliegen, mitnehmen, oder was? Ja, ich... Wo müssen wir die denn hinbringen? Ja, okay, dann. Werfen die halt auf den Hofen. Äh, zum nächsten Gefängnis. Wie? Achso, dann sollte ich mal meinen Wagen rufen, ne? Ich will auch einen Hut haben. Kai, wir spielen also Outlast 2 im Western-Style. Let's go. Wir haben nur zwei Team-Leben, denk dran, ne? Ja. Ja. Wäre cool, wenn wir uns jetzt nicht überrennen direkt am Anfang. Ist das ein Eichhörnchen? Oh, schade. Oh, ich war das nicht. Ich war das. Ich bin gegen einen Baum gesegnet. Ich sah immer so gut aus, mich reinzunehmen, man. Ganz idiotisch. Okay. Auf geht's. Oh, ich war das. Oh, ich war das. Oh, ich war das. Oh, ich war das. Oh.